Einschalten und gewinnen. Das große Allgäuer Büble-Rätsel mit dem Allgäuer Brauhaus und RSA der Allgäu-Sender. Such den Original-Büble-Laster und gewinne dein Feierabendbier. Eine Fahrt mit dem Büble-Ballon oder hol dir den Hauptgewinn. Einen exklusiven Biersommelier-Abend mit 5-Gänge-Menü für 10 Personen vom Allgäuer Brauhaus. Mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr ist der Büble-Oldtimer im Allgäu unterwegs. Löse die Rätsel auf RSA der Allgäu-Sender und wenn du um 17 Uhr als erster den Büble-Lkw in deinem Ort entdeckst, melde dich gleich beim Fahrer und ruf an auf der Büble-Hotline. Kempten 14040 Unser Bier. Allgäuer Büble-Bier aus dem Allgäuer Brauhaus.